Ich kann nicht nach Hause fahren, ohne von euch oder euch das vorgespielt zu haben, den Gruß eurer Grünheider Fans. Ganz kurz, meine Schülerredakteure. Ich dachte, dass... Ja, hilf mir mal. Du weißt, alter Mann... Viele Grüße an Joko und Klaas aus Grünheide! Wenn ihr jetzt einen Satz dazu sagen würdet... Ja, dann schicken wir recht herzliche Grüße zurück nach Grünheide. Ne? Hört immer auf das, was der Herr Küster sagt. Er ist ja euer Chef und auf den Chef muss man hören.